Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mass Effect 3. Wir befinden uns immer noch im Leviathan DLC und wir haben im letzten Part die Tochter des Dr. Bryson gerettet, den wir ja bereits seit Beginn des Leviathan DLCs kennen. Und sie möchte nun, dass wir sie zu dem Labor ihres Vaters auf die Citadel bringen. Und das werden wir doch jetzt gleich mal tun. Mal gucken, normal sollte der Treibstoff ausreichen bis zum Massenportal. Das sollte an sich kein Problem sein. Aber ich schätze mal spätestens nach der Citadel ist mal wieder eine Tankfüllung angesagt. Aber jetzt gehen wir erst mal zur Citadel, um unsere Story-Mission weiterzumachen. So, dann andocken wir doch mal an Dr. Brysens Labor an. Oh, sie ist hier schon. Anne? Sind Sie hier? Anne? Oh, Commander. Ja, tut mir leid. Es ist nur... Das ist schwer. Also, ich glaube, wie geht es Ihnen jetzt zu fragen, ist ziemlich bescheuert. Es ist wohl offensichtlich, wie es hier geht. Ich sag gleich mal, wir haben wenig Zeit. Obwohl, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen unsensibel gerade? Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann. Ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Alles klar. Schauen wir mal, ob es neue Interaktionsmöglichkeiten hier gibt. Wahrscheinlich muss ich eigentlich mit ihr noch mal sprechen, damit es weitergeht. Ich gucke jetzt trotzdem mich erst mal noch mal um, ob man noch was anderes anklicken kann. Und wenn es nur einmal dieser coole Totenschädel ist, um ihn dann noch mal anzuklicken. Ah, James. Ich rede mit James. Was führt Sie hier runter, James? Ich habe gesehen, was bei der Ausgrabungsstelle mit Anne passiert ist. Das ist nicht richtig. Okay, machen Sie es sich bequem. Guck, er mag den Schädel auch. Der Schädel ist cool, ne? Ich will ihn anklicken. Ich will den Schädel anklicken. Komm on, da sehen Sie dieses Ding. Das ist toll. Ja, weiß ich. Es ist wirklich cool. Ich will das Ding exakt so mit den gleichen Funktionen haben. Als Deko. Den stelle ich gleich an meine Tür. Dann können die Leute, wenn sie reinkommen, werden sie gleich von dem Viecher angeschrien. Das ist so cool. Ah, du verdammte... Hey, Edi. Ein Husk-Biss verwandelt einen doch nicht in einen Husk oder sowas. Richtig. Ich schlage vor, Sie tragen Ridi-Gel auf. Okay, jetzt ist die Interaktionsmöglichkeit... Ah, nee, man kann immer noch... Wenn das Ding keinem gehört, könnten wir es doch mitnehmen. Sie wissen schon, zu Forschungszwecken... Nicht Forschungszwecke, das Ding kommt in mein Büro, in meine Käptenkabine. Ja, man kann es wirklich mitnehmen! Wie geil! Ich hab so gehofft, dass das geht! Ich will das Ding unbedingt haben. Aber erzählen Sie niemandem davon. Cool. Meinen Sie, Esteban würde mir erlauben, im Frachtraum Bowling-Kegel aufzustellen? Also, ich würde es erlauben. Und ich bin der Käpt'n. Also, ja, du darfst das machen. Hat sich doch gelohnt, dahinter zu gehen. Ich hab den coolen Kopf mitnehmen können. Ich bin immer noch erstaunt, wie es Ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen. Ha! Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Ich könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepaten. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Was Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Wir haben keine Energieemission von dem Artefakt festgestellt. Aber die Reaper konnten Leviathan mit dem Artefakt irgendwie verfolgen. Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan damit nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroid. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Sie sagten, Leviathans Kontrolle ähnele einem Quantenverknüpfungskommunikator. Aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt. Aber es ist ja kein natürlicher QVK. Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den quasi-QVK-Effekt zu erzielen. Und der lässt sich zurückverfolgen. Richtig. Genau wie bei der Ausgrabungsstätte. Die Reaper haben das Signal zurückverfolgt, indem sie das Artefakt aktiviert haben. Mein Vater wollte zu der Ausgrabungsstätte. Aber für lange Projekte wurde er langsam zu alt. Dass er deswegen im Labor festsaß, hat er gehasst. Er hätte fast meine Abschlussfeier verpasst, weil er unterwegs war. Er kam dann doch noch in seinen Forscher-Klamotten. Gott, er hätte es gehasst, hier zu sterben. Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können... Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. In dem Fall würde ich jetzt wirklich sagen, es ist ein Versuch wert, weil ich meine, wir haben keine andere Möglichkeit. Es gefällt mir nicht, aber wir haben keine Optionen mehr. Sie wissen besser als ich, wozu Leviathan fähig ist, wenn er bedroht wird. Die Chancen sind minimal, aber ich muss es tun. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edi? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Das ist ziemlich mutig. Da kenne ich mich nicht aus. Verrückt vielleicht. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edi? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie. Ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Edi, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben es gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie es. Mann. Anne. Anne, alles in Ordnung? Ja. Ich glaube schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandy gesendet. Gut. Besser als nichts. Commander. Ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Helfen wir erst mal ihnen. Nein. 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 Dann gibt es hier scheinbar nichts mehr zu tun, wenn mein direktes Ziel ist, zur Normandy zurückzukehren. Dann machen wir das doch. Okay. Okay. Dann fahren wir gleich mal weiter. Wir haben ja, glaube ich, jetzt drei mögliche Zielorte gekriegt, so wie ich das gesehen habe. Aber jetzt müssen wir erst mal tanken. Das ist sowieso mal Punkt eins. Wir brauchen Treibstoff. Reibstoffdepot. Oh, ich bin voll. Ist man automatisch voll, wenn man von der Citadel kommt? Das ist ja witzig. Das habe ich noch nicht bemerkt. Nach Leviathan suchen. Okay. Okay, da ist was anderes. Dann haben wir doch nur ein System, das möglicherweise auf Leviathan... Dann war die Suche ja doch relativ genau. Okay, okay, Leute. Das war ja jetzt eine Stelle, wo Reaper-Aktivität war. Jetzt schauen wir mal gerade hier, weil wir das schon entdeckt haben. Ob man denn da nicht schon vielleicht ein Suchergebnis haben. Und? Ah, okay, nur ein Fundbüro. Okay. Aber ich habe einen Raketenmeer verjaveln. Das ist doch ganz geil. Hat sich doch immerhin ein bisschen gelohnt. Also ich habe jetzt hier nach Leviathan suchen. Ich habe... Gibt es unten auch noch eine Stelle? Ah, da gibt es auch noch eine. Okay, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt erstmal nach oben. Rechts. Ob wir denn vielleicht da schon fündig werden. Wenn ich das DLC kennen würde, dann wäre wahrscheinlich mein... Der Ort mir bekannt und ich wüsste genau, wo es hingeht. Aber da ich das DLC ja tatsächlich noch nie gespielt habe... ...ist mir das jetzt hier auch nicht bekannt, wo sich Leviathan aufhält. Zumal ich es super interessant fände. Wenn das... Wenn das... Ähm... Der DLC so handhaben würde, dass das immer woanders ist. Dass man tatsächlich das nicht... Ähm... Diese Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan. Dann landen wir da mal. Und höchstwahrscheinlich werden wir wieder ganz viele Reaper bekämpfen müssen. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Okay, ähm... Was machen wir denn? Machen wir denn... Machen wir es diesmal mal ein bisschen anders. Äh... Liera ist aber schon immer ganz nützlich gewesen, ne? Ich würde jetzt aber ganz gerne mal auf jeden Fall Gareth mitnehmen. Jetzt überlege ich, nehme ich Edi mit oder... Edi wäre eigentlich auch eine Option. Aber Liera ist schon immer ganz nützlich gewesen. Das ist eine gute Frage. Aber... Wir könnten es auch mal so machen, dass wir Gareth und James mitnehmen. Komm, machen wir es mal so. Dann... Bin ich die einzige Biotikerin im Team. Da ist ein bisschen mehr geballte Feuerpower in der Gruppe. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay, Gareth hat eine... Das ist gerade James. Okay, verstehe. Weil ich dachte mir, Gareth würde doch eigentlich... Können wir gerade gucken, ob es eine geilere Pumpgun gibt. Oh, die hätte enorm viel Schaden. Aber deutlich weniger Präzision. Die ist präzise, hat mehr Schaden, aber dafür auch eine kleinere Feuergeschwindigkeit. Was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde... Modifizieren wir die mal. Haben wir eh nur zwei Mods, dann sind die ja gleich aufgebraucht. Okay, Kapazität verbessert. Ja, das... Ach so. Kapazität und Schaden. Ja, noch mehr Schaden ist immer gut. Dann lassen wir die doch. Dann... Oh Gott, die Avenger, der tut mir ja fast leid. Die Madhawk ist super cool. Was kann man denn da verbessern? Kapazität kann man verbessern. Oh, das ist dieses coole Universal-Nahkampf-Teil. Das ist eigentlich ganz geil, weil er spielt ja auch mit der Pumpgun, dann kann er mit seinem Gewehr so Nahkampfkram machen. Ich weiß nicht, ob das die KI dann auch verwendet, wenn ich das mache, aber... Wenn ich ihm schon die Möglichkeit gebe, kann das ja durchaus passieren. Ähm, okay, Rückstoßverbesserung ist auch nicht schlecht. Machen wir das. Dann würde ich sagen, bleibt mal dabei. Und was hat Gareth für... Okay, Gareth hat die gleiche Sniper wie ich, weil die ist verdammt geil. Oder ist das die gleiche Sniper? Müsst ihr doch eigentlich, oder? Ach nee, ich habe die Mantis, genau. Weil die ist nochmal krasser. Und er hat die schnellere Sniper. Die sieht optisch geiler aus, aber ich mag lieber die, wo langsam schießt, aber der Schuss hat dann auch Gehirnmasse verteilt. Und man nicht zwei Schüsse dafür braucht. Und er kriegt auch die Mettok. Ich mache mal da den Mod runter, den braucht kein Mensch. So. Weil dann kann nämlich die Mettok den Mod haben. Das braucht Gareth nicht, aber das braucht Gareth. Oh, ich habe noch nie wirklich bemerkt, dass das die Optik der Waffe verändert. Da habe ich wirklich noch nie drauf geachtet, ganz im Ernst, dass die hier so andersfarbig wird, je nach Mod. Interessant. Auf solche Details habe ich nie geachtet, im Ernst, das war mir egal. Okay. Ja, okay. Ich werde meine beiden Waffen so behalten, ich finde die ganz gut. Oh, ich habe wieder vier Punkte. Da kann ich einen Wert verbessern. Ich wüsste jetzt aber nicht. Die Granate vielleicht? Oder einfach allgemein hier meine... Was würde denn hier verbessert werden? Rufbonus und Kraftdauer. Erhöht Kraftdauer um 25%. Das heißt, Warp würde länger anhalten. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil ich brauche für mein Werfen immer gerade länger zum Aufladen. Schaden und Kraft Bonus um 15%. Ja, das ist natürlich auch geil, ne? Machen wir mal das. Kortes, was sagt die Sonne, die wir losgeschickt haben? Ich bin dran, Commander. Wir haben die Bestätigung, dass die Viatans Signal von diesem Planeten kommt. Hab gehört, wie Anne uns geholfen hat, ihn zu finden. Grußlich. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Will gar nicht wissen, was uns da unten erwartet. Ein Reaper-Killer, wenn Brysons Einsatzgruppe richtig lag. Einer, der nicht gefunden werden will. Er hat keine Wahl mehr. Wir sind hier. Schon, aber was jetzt? Nehmen wir an, er ist ein Reaper. Ist das die Art von Hilfe, die wir wollen? Niemand will Freundschaft mit ihm schließen. Aber wenn das Ding die anderen Reaper beunruhigt, brauchen wir seine Hilfe. Commander, neue Daten von der Sonde. Sie hat Leviatans Position eingegrenzt. Und es wird ihm nicht gefallen. Nur raus damit. Das ist nichts außer Ozean. Es gibt eine Konzentration von Objekten an der Oberfläche. Aber die Sonde ortet das Signal darunter. Weit darunter. Unter Wasser? Sieht so aus. Das Shuttle müsste aber trotzdem hinkommen. Oh Gott, der planiert sieht ja mal voll assi aus. Das geht? Das Kodiak hält laut Hersteller tausend Atmosphären aus. Ich hab's aber nie selber getestet. Wir werden es wohl rausfinden. Status! Einem Puls hat uns getroffen. Die Systeme fahren runter. Gut festhalten! Geil! Wir sind auf dem letzten Stück Metall gelandet, das über Wasser hängt an dem Planeten. Ah ne, da ist doch noch ein bisschen was größeres. Okay. Dachte jetzt schon, ey. Alle in Ordnung? Mir geht's gut. Nicht unser bester Aufmerksamkeit. Was ist mit dem Shuttle, Cortez? Ich versuche gerade, die Energieversorgung wiederherzustellen. Oh, ne neue Knarre. Ist das ein Sturmgewehr? Verstanden. Wir sehen uns um. Kaputte Schiffe, provisorische Unterkünfte. Der Impuls hat schon andere runtergeholt. Könnte Leviathan's letzte Verteidigungslinie sein. Ich erkenne keines dieser Schiffe. Die sind ural. Jetzt ganz schön viel Zeug zu looten. Das gefällt mir. Jepper, da ist so ein Artefakt. Das erklärt, warum keiner von hier wegkommt. Data Padlock. Atten Brooks. Die Hülle wird halten, sagen sie zumindest. Welcher Gott auch immer über die E-Zero-Prospektoren wacht, hat seine Hand über uns gehalten. Obwohl die Wasserlandung von einem gewaltigen Krachen begleitet war, verdrängt die MSV-Monarch genug Luft, um nicht unterzugehen. Wir alle sind dankbar, noch am Leben zu sein. Captain Brad hat sogar den Champagner rausholen lassen. Ich schätze, das hilft, die richtige Sichtweise zu bewahren. Die große Frage ist, was unseren Absturz überhaupt verursacht hat. Khan schon sagt, es sei kein Blitz gewesen, sondern eine Art von Impuls. Eine zielgerichtete Energiewaffe wäre eine Möglichkeit. Aber wo sollte sie hergekommen sein? Es gibt keinen Funkverkehr. Der ganze verfluchte Ozean ist vollkommen still. Heute Abend versuchen die Techniker, die Energie umzuleiten, um die Masse zu verringern, bevor die Triebwerke gezündet werden. Wenn alles gut geht, sind wir in 24 Stunden wieder in der Luft. Okay. Was passt denn, wenn ich diese Kugel anballere? Das würde ich ganz gerne ausprobieren. Och, das war ja unspektakulär. Ich dachte, jetzt geht da irgendwie voll die Action ab. Ich meine, da war eine voll epische leuchtende Energiekugel, die zerstörbar war. Und dann kommt so ein langweiliger Kack dabei raus. Data Padlock Shen Kanchen. Sämtliche Versuche, wieder in die Luft zu kommen, sind gescheitert. Der durch die Impulse angerichtete Schaden, wenn man es überhaupt Schaden nennen kann, ergibt physikalisch gesehen keinen Sinn. Die Verbindungen sind nicht durchgebrannt und trotzdem zünden die Triebwerke der Mund nahrt nicht. Das Nullsignal ist ebenfalls tot, obwohl der Großteil unserer Elektronik noch funktioniert. Es scheint also keine Folge der Abschirmung zu sein. Ohne Notsignal haben wir keine Chance. Ich habe üble Dinge über eine Rationierung der Vorräte gehört. Und ich denke, deshalb hat uns der Käpt'n auch befohlen, Regenwasser zu sammeln und auf Deckzelte aufzustellen. So bleiben wir beschäftigt. Brooks hat vorgeschlagen, die Waffen des Triton zu benutzen, um Fische zu erlegen. Die Idee ist gut, nur leider habe ich noch nichts gesehen, was einem Fisch auch nur ähnlich sah. Ich wünschte, ich wäre ein Optimist. Okay. Also den Leuten hier, die sind ja sogar hier abgekratzt. Ich meine, hier liegen die Leichen von denen rum. Die scheinen den ganzen Kram hier ja nicht sonderlich durchgestanden zu haben. Sieht aus wie ein beschädigter Atlas, aber anders und nicht unter Cerberus-Flagge. Hübsche Maschine. Schade, dass sie ein Wrack ist. Die Rationen reichen noch für zwei Tage. Brooks hatte eine Drohne auf den Meeresgrund geschickt, die mit bioluminescenten Pflanzen zurückkam, von denen jedoch keine genießbar ist. Ich hatte die Crew davor gewarnt, sie vor Abschluss meiner Tests zu essen, aber Romero und Mullins haben sich nicht daran gehalten. Sie konnten nicht auf, in sich zu übergeben und ihre Dehydrierung kostet uns wertvolles Trinkwasser. Wir haben Kanschens Team auf einen Fluss zu den Wracks geschickt. Sie kamen mit Sphären irgendeiner Alien-Technologie auf organischer Basis zurück, aber ohne etwas zu essen. Ich würde ja gerne glauben, dass die uns Antworten geben können, aber was wäre wohl geschehen, wenn sie den anderen Schiffen geholfen hätten, um das alles zu begreifen? Dann wären sie wohl kaum noch hier, oder? Es wird kalt. Okay, und ich schätze mal, da auch hier eine Leiche liegt, scheint es hier... Da ist auch nicht viel gebracht zu haben. Was ist hier los? Wo ist oben? V? Reaper! Ich hab's geahnt, dass es hier nicht kampffrei ausgehen wird. Da ist ein Marodeur. Stirb, Marodeur. Cortez, Lagebericht! Wechsle die Teile aus, Commander! Ich hasse Kannibalen, die schmeißen wir mal Granaten. Sonst noch irgendwo was, dass irgendwie ein Husk von hinten kommt, das wäre ja mal nicht das einzige Mal. Da kommt auf jeden Fall noch ein Kannibale. Wie der Spasti lebt noch. Alter, ich hab dem grad eine scheiß Sniperkugel in die Fresse geballert. Hier, Granatepenner. Yay! Das war voll, das war voll die Action hier. Okay, 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 ich treff dich. Nein, ich war zu langsam. Oh mein Gott. Okay, mach mal so. Zack. Alter, der... Fast geschafft, Commander! Ach, hör auf, Granaten zu werfen. Please. Ich hoffe, das wird nicht so eine Tortur wie beim letzten Part. Da hab ich nämlich gar keinen Bock drauf. Naja, ich mein, solange da kein Arschloch-Wieper vorkommt. Wie jetzt irgendein Obermotz-Kackviech wieder oder so. Oder irgendwelche unfaire Scheiße wieder passiert. Wie zum Beispiel das hier. Wie sie sich anstellen, um mich gegen... Um mich hintereinander immer abzumurzen, diese Penner. Nein, ich werde jetzt sterben. Ich werde sterben, Leute. Ich werde sowas von sterben. Ja, ich werde sterben. Das hab ich schon gewusst, weil der... Ich wär ja nicht schnell genug in die Deckung gekommen. Aber wenn ich nicht immer meine Deckung wechseln müsste, wenn der... Wenn diese Penner... Wenn ich immer die Granaten werfen würde, dann wäre das deutlich angenehm. Ganz im Ernst. Und nein. Oh, meine Güte, was war denn das, ey? Ich muss mal die Kräfte meiner Leute einsetzen hier. Geht da hier ein bisschen mehr die Action ab? Cortez, Klagebericht! Alter, ich glaub, wir enden hier wie diese Typen in den Zelten, ey. Na gut, wenn man bedenkt, dass hier die Husks sogar direkt angreifen, werden wir wahrscheinlich zu... Also, die Wüte, werden wir natürlich zu Husks verarbeitet oder sowas. Das geht... Davon gehe ich sogar eher mal aus. Ich rette mal kurz hier unseren Meister. Und dann... Nein, ich will hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Weg. Nein, falsche Richtung. Husk. Mann, ist der Typ dumm. Stirb. Cortez, was ist mit Fask geschafft? Es kam was dazwischen, Commander. Bin jetzt dabei. Ach, mein Gott. Alter Kumpel. Was kann denn bei dir dazwischen? Da ist überhaupt nichts oben. Kein einziger Reaper ist da. Nicht schießt auf dich. Was stört dich denn bitte daran, diesen Scheiß-Shuttle zu repassieren? Und wenn es ein technischer Fehler ist, dann... Ernsthaft. Ich meine, ich hatte ja Verständnis für deine Drödelei. Aber hier ist ein Reaper und ich hasse es, gegen Reaper zu kämmen. Also entschuldige meine Aggressivität, Cortez. Ey, kann es sein, dass irgendwie meine Sniper-Schütze schon mal mehr Schaden gemacht haben auf die Viecher? Cortez, ich brauche den Vogel in der Luft! Ein paar Sekunden noch! Ey, wehe, es sind nicht ein paar Sekunden, ich schwör. Ich werde dich sowas von ummurksen, wenn du lügst. So, ein paar Sekunden sind rum. Wo ist das Ende der Mission jetzt? Ich hab keinen Bock auf den Mist. Brute! Ich hab doch gewusst, dass es nicht so ein harmlos bleibt hier. Okay, Leute. Das, ach, das ist ein, das ist, das ist ein scheiß... Wie komm ich eigentlich gerade auf den Namen Brute? Kann es sein, dass die Viecher auf Englisch Brute heißen? Oder erinnern die mich einfach an was anderes? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wo dieser Granaten-Buch herkam. Oder lebt hier noch irgendein Kannibale? Ich sehe ja nur die Rohlinge hier. Ähm... Brexviech, verpiss dich! Nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich hätte ihn fast im Forstkampf gekillt. Er hatte nur noch einen Balken. Aber wahrscheinlich hätte ich locker zweimal schlagen müssen, dass der Balken auch weg gewesen wäre. Ich brauche den Vogel in der Luft! Ein paar Sekunden noch! Ah, okay, da war ein Shot, da war ein Checkpoint. Okay, das ist ganz okay. Dann sind da wenigstens gleich die Clubs jetzt. Ah, nein, ich heile dich gleich wieder. Dann kannst du denen nämlich in den Rücken fallen. Das ist richtig lustig. So, und Granate. Nein, nicht auf mich! Mann, das habt ihr komplett falsch verstanden, Leute! Wenn ich Granate rufe, dann heißt das, dass mein Team eine Granate benutzt und ihr. Ich muss hier weg! Ganz schnell weg! So. Ich muss auf jeden Fall einen dieser Rohlinge jetzt ausschalten. Am besten den, den ich fast schon gekillt habe. Brexviech. Nein, Gott, ich schieße doch noch gegen die Kackwand. Okay, Leute. Der muss jetzt sterben hier. Weil zwei Brutes sind echt gefährlich. Down. Okay, sehr schön. Stirb. Da ist der andere Kasper. Schön, aber wir sind nicht dabei! Verstanden! Ja, ich weiß schon, die Mission ist ja eigentlich auch nicht hier abzuhauen. Die Mission ist hier was rauszufinden. Aber, es ist voll... Nein, jetzt come on! Hört auf damit! Hört auf damit! Der ist down? Okay. Das gefällt mir schon mal. Weil... Dann kann ich hier wenigstens ein bisschen halbwegs sinnvoll kämpfen. Was schießt hier auf mich? Ich sehe keinen Gegner. Oh, da vorne kommen sie. Und Granaten fliegen auch schon wieder in der Gegend rum. Husk! Och, come on! Keine... Wie ich halt mal überhaupt nicht auf meine Munition achte. Ach, nicht schon wieder. Ja, ja, ich muss jetzt hier erstmal meine anderen Leute hier aufretten. Hier, dass die... Dass die nicht alle abkratzen. Ja, ich komme! Och, das ist schön, dass so ein Husk von einem so einem Pistolenschuss down geht. Ich brauche Unterstützung! Ja, ich weiß, dass du Scheiß-Unterschützung brauchst, Mann. Aber ich kann hier nicht einfach durchrennen. Dann bin ich nämlich tot. Ja, wir auch. Genau geht ihr schon mal zu dem. Ich habe nämlich da hinten noch Munition gesehen. Die brauche ich. Ähm... Ne, die habe ich scheinbar schon eingesammelt. Okay, dann ist er halt nicht mehr da. Auch recht. Aber da war doch... Ich muss Munition holen, Mann. Wenn ich nicht schießen kann, kann ich nicht unterstützen. So. Ich brauche übrigens noch mehr Munition. Ich weiß, Cortez. Jetzt schießen die Penner eh auf mich. Och, hör auf mit deinem Scheiß-Granaten-Gewerfe. Ich meine, wenn es nur Kannibalen sind, dann kann ich damit eigentlich auch leben. Auch wenn die trotzdem mit der Granatenschmeißerei nerven. Ja, dann werden sie wenigstens nicht gebufft von irgendeinem Marodeur oder so. Der müsste jetzt down gehen. Ach komm, jetzt hat er noch einen Balken. Nein, jetzt ist er down. Okay. Das war's. Gute Arbeit, Commander, aber es gibt eine Entwicklung. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Ach nö, jetzt will der reden. Wir sind hier mitten im Fight, Mann. Obwohl sie mir eigentlich nicht... Aber, aber, ich kann jetzt eigentlich meine Biotik durch die Wand schießen oder nicht. Das ging ganz am Anfang, da ging das eindeutig. Wo man da dieses, auf dem Mars, durch die Scheibe schießen. Da konnte man durch die Scheibe schießen und die ist nicht kaputt gegangen. Durch die Biotik. Und irgendwie ging das danach nicht mehr. Status. Shuttle im Eimer, Commander. Der Impuls hat es direkt vom Himmel geholt. Wir fliegen nirgendwo hin. Was ist mit der Normandy? Joker könnte vorbeischauen. Mit ihr würde dasselbe passieren. Und die Landung wäre nicht so sanft. Le Viathan hat hier ein gutes Verteidigungssystem. Och bitte nicht. Wie jetzt die verrecken? Ach so, er hat geballert. Dann kommen wir hier nicht weg, bis wir es finden. Wie geht das? Naja. Sie können vielleicht einen Meck nehmen. Er scheint tauchfähig zu sein. Wir haben Le Viathan bis hierher verfolgt. Bringen wir es zu Ende. Es ist ein langer Weg nach unten. Ich will nichts beschönigen. Schon klar. Und die Zeit läuft. Warten Sie mal. Denken wir wirklich darüber nach? Zuerst brauchen wir Energie, damit wir diese Frachtraumtür öffnen können. Wie? Da haben wir die Antwort. Diese alten Schiffe der Ballard-Klasse haben außen Energieanschlüsse. Für Reparaturen im Notfall. Wir können Zellen aus dem Shuttle nehmen und einsetzen. Ich kriege sie schon zum Laufen. Ich habe eine Zelle für Sie, Commander. Finden Sie was, wo man sie reinstecken kann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn ich hier nichts weiter mache, dass ich hier eine ruhige Minute habe. Und dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier Schluss mit dem Part. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir diese Luke eröffnen und uns scheinbar in einen Mech begeben und unter Wasser tauchen, um eventuell Leviathan direkt zu treffen oder was auch immer passieren wird. Ich weiß es selbst nicht. Seid gespannt. Dann sehen wir uns right now, genau an dieser Stelle, beim nächsten Part wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.